Ein kurzes Vorwort für alle die, die nicht mitbekommen haben, warum in den letzten Tagen weniger bzw. gar keine Videos kamen. Es wäre ja für diese Leute übrigens Vorteil, meine Facebook-Seite zu liken, denn da würdet ihr alles erfahren bzw. hättet ihr alles erfahren. Und allgemein lohnt es sich da vorbeizuschauen, weil ich da wirklich sehr, sehr viel poste. Und naja, momentan habe ich das Problem, dass mein Internet nicht uploaden will. Das ist einfach, keine Ahnung, Chrome und Opera funktionieren nicht, Internet Explorer normal hat auch nicht funktioniert. Habe dann einen Virenscan gemacht, alles runtergeworfen, defragmentiert und so weiter und so fort. Jetzt habe ich Opera und Chrome deinstalliert, habe den Add-on-freien Internet Explorer genommen und das funktioniert jetzt plötzlich. Also ich habe jetzt wieder ein Video hochgeladen, was nachher noch kommt bzw. jetzt schon gekommen ist. Und naja, das hier ist jetzt auch da, also viel Spaß bei Bubble Time und ansonsten tut mir leid, aber ich kann nichts machen, wenn die Technik nicht will. So, nochmal, viel Spaß. So, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Bubble Time, mein Football Talk. Und heute geht es mal wieder mit einer neuen Episode weiter. Heute hier am Samstag haben wir einige Themen im Gepäck, die einigermaßen interessant sind meiner Meinung nach. Ihr sollt mir natürlich wieder gerne Themen in die Kommentare schreiben, wenn euch welche einfallen. Haut sie einfach mal raus, ich würde mich natürlich gerne mit euch darüber unterhalten oder sie sogar in einem Video halt bringen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr interessante Themen habt, dann, wie gesagt, haut sie unten rein. Lasst ein Like aufs Video da, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch sehr darüber freuen. Und naja, zunächst einmal muss ich mich rechtfertigen für letzte Episode. Und zwar habe ich da einen Kommentar gelesen, der mich ein bisschen, naja, angegriffen hat. Und zwar muss ich mich jetzt mal kurz hier drehen und zwar auf diesem Bildschirm gucken, denn da steht er gerade. Und der Kommentar wurde geschrieben von, ich muss es jetzt wieder finden, da Ismail Merkan. Max, ich finde deine Meinung zu den Muslimen respektlos. Wenn ein Muslim etwas macht, heißt es noch nicht, dass alle gleich, das ist auch Deutsch hier wieder unfassbar schlecht. Aber denkst du, ich bin auch Muslim, ich wurde niemandem Toten und auch kein Terroranschlag oder ahnliches machen. In Palästina sterben Millionen von Menschen, aber da berichtet niemand, aber zwölf Toten berichtet jeder. Ich war ein Fan von dir und auch deine Videos, fand ich gut, aber das hatte ich nicht von dir erwartet. Ich habe jetzt immer noch keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich gesagt habe, dass alle Muslime scheiße sind. Ich kann es jetzt gerne mal machen, alle Muslime sind scheiße, aber das entspricht nicht meiner Meinung. Das ist einfach vollkommener Schwachsinn. Ich bin nicht der Meinung, dass alle Muslime scheiße sind. Ich bin der Meinung, dass diese Muslime scheiße waren. Ganz einfach. Fanatiker, Extremisten, Terroristen, will man die gutheißen? Muss man die in Schutz nehmen, weil sie Muslime sind? Weil sie an Koran glauben? Was juckt mich an, was die glauben? Wenn das, was weiß ich, Atheisten gewesen wären, wäre es auch scheiße gewesen, aber deswegen beleidigt doch nicht alle Atheisten. Ich sage nur, dass der Extremismus extrem scheiße ist. Und es ist einfach so. Extremismus und Terrorismus ist scheiße. Egal, ob es muslimisch ist oder sonstiger Religion entspricht. Von mir aus auch buddhistisch, auch wenn ich noch nie was vom buddhistischen Extremismus gehört habe. Aber ist ja egal. Egal, ich habe nie was gegen Muslime gesagt. Ich habe nichts gegen Muslime. Ich weiß auch nicht, wie man darauf kommt. Wenn ich irgendwie sowas gesagt habe, kann ich mir aber nicht vorstellen eigentlich. Naja. Egal, will ich jetzt nicht darauf rumreiten, weil es ist einfach eine schwachsinnige Aussage, finde ich. Weil ich habe nichts gegen Muslime und wer denkt, dass ich was gegen Muslime habe, soll es denken. Ist mir auch scheißegal. Aber naja. Gehen wir aber zum ersten Thema der Episode, das mit Fußball zu tun hat. Und zwar, naja. Wir haben einen Transfermarkt offen und es gibt natürlich viele Transfers in der Fußballwelt, die so passieren. Wir haben viele Gerüchte natürlich auch im Umlauf. Bei Hannover beispielsweise Stujanovic heißt er, glaube ich, von den Slowenen, von Maribor. Ja, der ist im Gespräch 19 Jahre alt. Ich mache jetzt mal gerade den Bildschirm hier an, damit ich mal, ups, jetzt habe ich ihn ausgemacht, damit ich hier mal die Sachen stehen habe. Dann haben wir natürlich beim HSV momentan, also beim kleinen HSV, beim Hamburger Sportverein, auf den ich später auch nochmal zu sprechen komme. Mit Rimmic als Kandidaten, Sala war aber kurzzeitig im Gespräch. Es waren allgemein schon wieder so viele Spieler im Gespräch, das gibt es gar nicht. Natürlich vor allem bei Hamburg, aber das sind wir ja auch gewohnt. Und da gibt es noch hier einmal dritt. Real hat jetzt das norwegische Supertalent Oedegaard verpflichtet. Wer Martin Oedegaard nicht kennt, 16 Jahre alt gerade mal geworden und verdient jetzt 60.000 Pfund pro Woche, glaube ich. Oder 80.000 Euro oder irgendwie sowas mit dem Dreh. Also eine ordentliche Stange Geld auf jeden Fall und das vollkommen aus dem Nichts. Also der ist letztes Jahr einfach aufgekommen, ist mittlerweile der jüngste norwegische oder allgemein europäische Nationalspieler, der jemals in der Qualifikation gespielt hat. Und der ist jetzt zu Real Madrid gewechselt. Und das für knapp 4,5 Millionen, soweit ich mich richtig erinnere. Und das hat für viel Diskussion gesorgt. Denn er war natürlich bei vielen Vereinen im Gespräch, unter anderem Ajax, Amsterdam, Bayern München, Arsenal, bei ganz vielen. Die wollten den alle haben, vollkommen zu Recht, weil er ein Megatalent ist. Er hat sich jetzt für Real Madrid entschieden, hat auch gesagt, das ist das Beste für seine Entwicklung. Und da war natürlich der Hass gegen Real wieder riesengroß. Der wird allgemein momentan wieder richtig, naja, übertrieben groß. Einmal ist Ronaldo Weltfußballer geworden. Ja, das ist schrecklich, das geht überhaupt nicht. Und naja, jetzt ist da auch noch Lucas Silva hingewechselt. Wer Lucas Silva nicht kennt, ein sehr, sehr vielversprechendes Talent, 21 Jahre alt, von Cruzeiro. Zudem hat Real Interesse angemeldet an Ajimas Tour, dem 16-jährigen Supertalent vom AC Mailand. Und naja, jetzt ist natürlich der Hype wieder riesengroß. Auf der einen Seite und viele Leute sagen, alter, geil, Ödegard bei Real, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Und andere kommen dann an und sagen, ey, so ein Vollidiot, der wechselt zu Real Madrid, der macht seine Karriere damit kaputt. Der wird auch nur auf der Bank sitzen. Und Real kauft einfach die ganze Welt kaputt. Und ich frage mich dann immer, was ist mit den Leuten los? Was ist mit den Leuten los, die sowas schreiben? Ich meine, klar, wir sind auf Facebook. Ja, das ist normal, dass da viel Scheiße geschrieben wird. Wir sind halt in einem Social Network, wo viele Leute sind, die absolut keine Ahnung haben, ja. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich zehnmal mehr Ahnung habe als die. Aber in dem Fakt muss ich ganz ehrlich sagen, dass es absoluter Schwachsinn ist, diese Aussage. Ja, Martin Ödegard, 16 Jahre alt, Riesentalent. Lukas Silva, Riesentalent. Ajimas Tour, auch ein Megatalent. Und Real wird auch in Zukunft der beste Verein der Welt bleiben wollen. Ja, für mich sind sie der beste Verein der Welt. Weil sie Champions-League-Sieger sind, Weltpokal-Sieger und auch momentan immer noch auf dem Niveau spielen, dass sie jeden schlagen können und jeden schlagen würden, meiner Meinung nach. Natürlich kommt das immer auf das Spiel an. Das heißt, Bayern könnte auch gewinnen, Barca könnte gegen sie gewinnen, Man City könnte gegen sie gewinnen an einem schlechten Tag. Alles möglich, aber momentan ist es trotzdem für mich real der beste Verein der Welt. So, und warum soll der beste Verein der Welt dann nicht das beste Land der Welt kaufen? Man kann halt sagen, ja, bei Ajax würde er spielen in der Ehredevise, würde er sich gut ausbilden. Bei Arsenal würde eine Jugendakademie ausgedienter in der beste Liga der Welt verliehen werden. Und bei Bayern wäre er sowieso am besten aufgehoben. Aber die Hauptaussage ist dann immer, er verschimmelt auf der Bank. Ich weiß ja nicht, in welchem Universum diese Menschen leben. Aber in welchem Universum verschimmelt so ein Talent auf der Bank? Ja, nur weil man das beispielsweise bei Mitchell Weiser gesehen hat. Ja, das ist so ein schlechter Spieler. Also kein schlechter Spieler, aber kein so talentiertes Spieler, wie er gehypt wurde. Und bei einigen anderen, bei Bayern natürlich. Das ist einfach Schwachsinn. Er spielt bei Castilla. Oedegaard spielt bei Castilla. Er wird bei Castilla aufgebaut. Wer Castilla nicht kennt, das ist die zweite Mannschaft von Real. Quasi Real Madrid B gibt es auch in FIFA. Und da sind sehr viele Spieler drin gewesen, die mittlerweile sehr erfolgreich sind. Ich nehme dir nur mal ein Beispiel. Jose Rodriguez kam aus der Castilla. Ganz klar. Die zweite Mannschaft wird geleitet von Zinedine Zidane, dem für mich besten Fußballer aller Zeiten. Unter welchem Fußballer, unter welchen Bedingungen, der größte Verein der Welt? Guckt ihr mal das Trainingsgelände an. Ich blende das jetzt hier mal ein. Ich weiß übrigens wieder mal nicht, was im Hintergrund kommt, aber egal. Aber ich blende das jetzt hier mal ein. Das ist so ein riesen Trainingsgelände. Das ist unfassbar. Und da spielt er auch die Castilla drauf, die B-Mannschaft. Außerdem hat Oedegaard unfassbare Freiheiten. Er darf mit der ersten Mannschaft trainieren, er darf mit der zweiten Mannschaft trainieren, er kann in der zweiten Mannschaft spielen, er darf sogar, glaube ich, in Norwegen weiterspielen, wenn er möchte. Er ist halt nur einmal gebunden, zumindest wurde es mir vorhin so erzählt. Der hat einfach einen Riesenschritt gemacht zum besten Verein der Welt, als bestes Talent der Welt eventuell, wurde er auch so ausgezeichnet, und wird sich da entwickeln. Bin ich fest von überzeugt und ich finde es schwachsinnig zu sagen, real kauft die Welt kaputt. Bei Lucas Silva genau das Gleiche. Es ist doch klar, dass man einen Spieler, der so viel Talent hat, nicht zu irgendeinem anderen Verein gehen lassen will, wo im Endeffekt dann der jetzt zu einem richtig krassen Mittelfeldspieler wird, vielleicht zum neuen, was weiß ich, wäre es momentan krass, zum neuen Iniesta. Ja, okay, Brasilianer sollte man eher nehmen, ne? Zentraler Mittelfeld Brasilianer, Zentrales Mittelfeld Brasilianer, ist schwer. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber stellt euch das mal vor. Na, der würde zu einem Riesenspieler aufsteigen und Real hätte sich dann im Endeffekt gedacht, boah, hätten wir die mal gekauft. Und dann würde gedacht werden, ha, warum habt ihr den nicht gekauft? Finde ich schwachsinnig, ganz ehrlich. Wenn ich drüber nachdenke, auch die Sachen mit Tajimas Tour, ist doch klar, dass man das beste Talent der Welt haben will, oder nicht? Oder eins der besten Talente der Welt. Ich meine, die Spieler werden wunderbar ausgebildet. Ob sie jetzt bei Mailand, einem mittelmäßigen Verein momentan nur noch, in der Primavera spielt, oder beim besten Verein der Welt in der zweiten Mannschaft. Da sehe ich einfach Entwicklungspotenzial. Und auch ansonsten, die Aussage beispielsweise, dass Real an vielen Spielern interessiert ist. An vielen guten Spielern. Wenn ich mir jetzt mal angucke, jetzt hier, wenn wir auf Real Madrid gehen, hier sind wir. Gerüchte. Alaba sind sie interessiert dran, steht hier zumindest. Baba, okay, das ist aber Schwachsinn. Reus natürlich. Reus hat 25 Millionen Markfälle. Das ist einer der besten Flügel gespielt. Er hat einen Markfälle von 50 Millionen, das wird 25 Millionen zu haben. Ronaldo wird auch nicht jünger. Und warum sollte man den dann nicht kaufen? Warum nicht? Gustavo halte ich für Schwachsinn. Ansonsten haben wir ja gar keine Gerüchte. Entschuldigung. Finde ich komisch. Natürlich gibt es auch Abgänge. Dann wurde beispielsweise gesagt, hier ein Khedira wurde gekauft, hat angeblich mega Potenzial gehabt und mittlerweile wird er wieder verkauft und sitzt auf der Bank. Na und, Khedira ist trotzdem einer der besten Sechser der Welt. Und wo hat er sich dazu entwickelt? Bei Real. Nur weil er jetzt nicht mehr spielt, weil Kroos besser ist und weil Modric besser ist und weil Rames besser ist und weil Isco besser ist. Das heißt doch nicht, dass der schlecht ist oder dass Real ihn kaputt gemacht hat. Das ist doch totaler Schwachsinn. Der würde trotzdem noch bei jedem Verein mega gut spielen, bin ich mir ziemlich sicher. Genau das gleiche beispielsweise auch mit einem Benzema, wenn der jetzt wechseln sollte. Oder mit einem Chicharito. Der war bei Man United auch kein Stammspieler. Bei Real ist er Ersatzstürmer, ja klar. Aber das heißt doch nicht, dass er schlecht geworden ist. In Iara Mendy, da kann man sagen, ja okay, da haben sie einen Fehleinkauf gemacht. Der sollte der neue Xabi Alonso werden. Hat er nicht geschafft. Der hat ihn nicht die Erwartung erfüllt. Aber jeder macht mal einen Fehleinkauf. Bayern hat sich auch mit Stilweiser gekauft. Und zwar nicht für das Geld, ist klar. Aber Real kann es sich einfach leisten. Und das ist halt meine Augen die falsche Aussage. Real kauft die Welt kaputt. Das ist genau wie Bayern kauft die Bundesliga kaputt. Da habe ich auch schon mal drüber geredet. Aber diese Aussage finde ich einfach schwachsinnig. Und die Aussage, dass Real kein guter Verein ist oder dass Real Karrieren zerstört. Ich kenne keine Karriere, die Real zerstört hat, um ehrlich zu sein. Außer die der Gegner. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr unterschiedlicher Meinung seid. Oder schreibt mir auch Beispiele rein. Würde mich interessieren. Aber meiner Meinung nach ist es nur verständlich, dass die besten Talente der Welt zu Real Madrid wechseln. Wo sie am besten eventuell ausgebildet werden und wo sie beim besten Verein der Welt irgendwann spielen werden und zu Weltstars aufsteigen können. Von daher haben wir schon mal neun Minuten über das Thema gelabert. Und da kommen wir jetzt noch zum kurzen zweiten Thema. Und zwar ist das relativ easy. Und zwar wurde Hamburg jetzt zum Investorenverein. Denn Kühne ist eingestiegen mit glaube ich 37 Millionen oder 43 Millionen. Irgendwas um den Dreh. 40 Millionen. Und natürlich reiben sich da jetzt einige Hamburger die Hände und sagen, boah, jetzt sind wir wieder reich. Jetzt wird alles wieder gut. Andere Hamburger reiben sich die Hände und sagen, äh, reiben sich die Hände. Ja. Halten sich ja die Hand vor die Stirn und denken sich, oh Gott, was ist aus meinem Verein geworden. Dann gibt es neutrale Menschen, die sagen einen, die sagen einen, die einen sagen, oh Gott, was ist aus diesem Traditionsverein geworden. Die anderen sagen, es geht aufwärts. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Einerseits, klar, Hamburg muss irgendwie einen Neuanfang wahrnehmen. Für mich wäre er in der zweiten Liga am besten, ja. Das ist aber meine Meinung, ja. Weil ich Hamburg auch momentan einfach nicht mehr sehen kann. Die spielen keinen attraktiven Fußball. Die spielen schlechten Fußball. Die sind unfassbar unansehnlich. Die sind trotzdem immer noch abgehoben in vielen Bereichen. Und naja, sowas, nee. Das wäre in der zweiten Liga einfach, das wäre ein guter Neuanfang. Ja. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, aber jetzt wieder teure Spieler zu verpflichten. Beispielsweise ist jetzt das Gerücht natürlich Dribbic. Acht Millionen. Wie kann sich ein Verein, der so weit unten steht, einen Acht-Millionen-Spieler leisten? Natürlich nur durch einen Investor. Dementsprechend ist es jetzt quasi ein Commerz-Verein geworden. Ich will jetzt nicht haten. Das soll jetzt kein Hate gegen Hamburg sein, ja. Aber es ist einfach nun mal so. Und ich finde es traurig, wie das aus dem Verein geworden ist. Ich finde es traurig, die Entwicklung des Vereins, ja. Nicht, dass der Verein jetzt irgendwie scheiße wäre, sondern dass der Verein einfach von einem Europa-League-Anwärter zu einem absoluten Abstiegskandidaten, der mit ohne irgendwelchen Sinn und mit mehr Glück als verstanden in der Liga geblieben ist letztes Jahr. Und auch dieses Jahr, wie da richtig scheiße dasteht, dass die sich einen Spieler mit Acht Millionen leisten können. Und als ich im Sommer auch schon für Acht Millionen und Holtby geholt habe und Müller geholt habe und Kleber geholt habe. Alles so richtig krasse Spieler, die auch das Gehaltsgefüge ja ein bisschen auseinander bringen. So ein Berami, ein Ost-Scholleck. Was die alles geholt haben, hat sich aber nichts verbessert. Ja, der Nachwuchs spielt. Ronny Marcos beispielsweise. Die rasen da an anders. Und der spielt ja nicht mal schlecht. Der hat zwar einige Defizite, ja klar. Aber das hat jeder Jugendspieler noch. Also ich finde es wirklich krass, was so ein Hamburger Sportverein geworden ist. Ich finde es auch schade auf der anderen Seite. Aber dass man dann beispielsweise an einem Kuzmanowitsch interessiert ist. Oder an einem Drimmitsch. Der ist zwar gut, aber verstehe ich nicht, wie man sich sowas leisten darf. Ich finde es einfach schade. Und ich weiß auch nicht, ob das alles wirklich helfen würde. Dann beispielsweise ein, was hatten wir noch? Arslan, der weg geht natürlich. Dann haben wir Van der Vaat, der eventuell geht. Natürlich ein Adler, der nicht ganz zufrieden ist mit seiner Situation. Das ist auch ganz klar. Ich habe jetzt keine riesigen Gerüchte mehr, sehe ich gerade. Allein, das ist schon bezeichnend. Es gibt 58 Gerüchte zu Hamburg. Bei Real gab es 6. Bei Hamburg gibt es 58. Das ist so heftig. Das ist richtig, oh. Das ist schlimm. Was war das denn jetzt? Das ist schlimm fast schon, trotzdem. Das ist einfach Kuzmanowitsch. Ach genau, Innocent Emigara. Vereinslos, okay. Aber hat sich auch nicht durchgesetzt. Jetzt Brownie Day ist ja auch im Gespräch. Von Westbrook mit Albion. Dann Nigerianer. Dann Mohamed Salah war auch mal kurz im Gespräch. Sollte geliehen werden. Das sind alles so Spieler, wo ich mir denke, wow. Dann Kuzmanowitsch war auch kurz im Gespräch. Kadlet, Modest. Wenn ich hier sehe, was da für Spieler stehen. Poku war auch lange im Gespräch. Ist ein sehr teurer Spieler noch dazu. Zwar in vielen Ländern, aber trotzdem teuer. Es ist echt krass, was der HSV sich leisten kann. Und das finde ich komisch. Das finde ich wirklich komisch. Und das macht einfach für mich die Tradition kaputt. Früher war der Hamburger Sportverein wirklich ein sehr sympathischer Verein. Früher mochte ich die auch. Aber seit die wirklich so abgestürzt sind und so für mich extrem unsympathisch geworden sind, ist einfach für mich der HSV kein Traditionsverein mehr, sondern störend. Und ich glaube, es gäbe Vereine, die momentan es mehr verdient hätten in der Bundesliga zu sein. Aber ich will jetzt auch nicht weitergehen, den HSV haten. Ihr könnt eure Meinung vertreten. Ich vertrete halt diese Meinung. Es soll wirklich kein Hate sein. Ihr könnt auch das Video disliken, wenn ihr wollt. Ist mir vollkommen scheißegal. Weil ich vertrete meine Meinung. Es soll halt nur kein Hate sein. Das ist genau wie mit Bremen. Ich wünsche dir keinem Verein das Schlechte. Aber ich sehe halt meine objektive Meinung. Und ich wünsche halt dem HSV momentan nicht unbedingt in der Liga zu bleiben. Weil ich sehe, dass andere Vereine mehr Potenzial haben und das Ganze besser machen und sympathischer sind. So einfach ist das. Worüber könnte man noch reden? Ich glaube, das war es eigentlich fast schon. Afrika Cup. Ja, heute mal wieder ein bisschen Wetten verkackt. Also was heißt Wetten verkackt? Wer auf Facebook mich geleitet hat, hat gesehen. Ich habe einen Wettschein gemacht. Ein Euro Einsatz. Und dann hat Dijon verloren gegen Niem. Naja. Nicht so gut. Nicht so geil. Aber was willst du machen? Ansonsten. Ich glaube, es gibt nichts mehr Interessantes. Schreib mir neue Themenvorschläge in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ein schönes Fußballwochenende mit Premier League Fußball. Äh, FA Cup Fußball. Und sonstigem. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, bis dann. Haut rein. Und ciao.